Heute ist schon der 10. Oktober, das heißt wir öffnen selbstverständlich das nächste Kästchen und zwar Kästchen Nummer 10. Darunter ist ein Pumpkin mit Eyepatches und das kann nur eins bedeuten, ich weiß, ihr freut euch so sehr darauf und zwar Halloween Skincare. Wir fangen selbstverständlich an mit Tuchmasken und hier habe ich ganz besondere und zwar habe ich einfach Tuchmasken von Jack und Sally. Ich bin einfach so stolz darauf, denn ihr wisst ja, das ist mein Lieblings-Halloween-Film und die sind einfach so, so toll. Dafür habe ich mir auch Sinan ins Boot geholt, er hat natürlich Jack bekommen und ich Sally. Und schaut mal, wie wunderschön einfach die Tuchmasken sind, da sind so richtig viele Details drauf und ich liebe es einfach komplett. Hat sich richtig gut auf der Haut angefühlt, aber ich habe natürlich noch mehr Sachen, lasst uns einfach mal in die geheime Kiste schauen. Dort habe ich nämlich so richtig viel Skincare bzw. so Badesachen, zum Beispiel dieses Badebomben-Set. Dann habe ich Badebomben von Jack, Hamm-Creme und Seife von Jack, ein Dusch-Set und mein absolutes Highlight, diese kleinen Lippen-Balsame. Das sind wirklich die schönsten Lippen-Balsame, die ich jemals in meinem ganzen Leben getestet habe und ich habe die auch aufgetragen und die fühlen sich einfach so gut an. Wir mussten dann unbedingt noch die Handcreme testen und auch die hat unfassbar gut gerochen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, also wenn ihr die irgendwo findet, holt sie euch. Selbstverständlich habe ich noch viel mehr Halloween-Badebomben, die sind alle von Lush und ich habe mich dafür entschieden, dass ich den Alien nehme. Die Badewanne wurde richtig grün und schaumig, da gehe ich jetzt erstmal rein und freut euch schon auf morgen.